Jo Freunde, was läuft, was geht? GambleJoy ist zurück. Eine neue Folge. Wir befinden uns heute wieder im Sporthazer Casino. Ich habe eine Balance von über 20.000 Euro. Heute geht es in eine Runde John Hunter, Mayan Goods. Ich will nicht lang schnacken, wir gehen rein. 60 Euro-fach, über 20.000 drauf. Ich glaube, schon fünfmal pleite gewesen und wieder hochgekommen. Also, ich weiß nicht, was das Schicksal mir hier sagen will. Aber, stimmt, dass ihr wieder dabei seid. Heute hoffe ich, dass ich auch nicht wieder so durchdrehe. Und wir schauen, wie wir heute vorankommen in den Slots. Okay, 210 Euro sind das tatsächlich ein paar Ks. Witzig, nice. Hauptsache, der macht uns heute mal die Fries, oder? Ich habe Bock drauf. Ich würde natürlich auch gerne wieder kaufen, aber beim Kaufen artet es im Moment sehr gut aus bei mir, muss ich wirklich gestehen. Das Beste war eigentlich tatsächlich, oder wo ich am meisten Lack hatte, war einmal Blackjack, ne? Scatter. Schade. Für die, die sich auch fragen, wie ich das so hochspiele, guckt euch gerne die letzten Videos an. Also, da seht ihr immer die komplette Entstehung, wenn mal eine Balance hoch ist, klar. Der ist natürlich hier gut am schlucken, auf den 60er. Gehen wir mal eine runter auf 50 Euro fach. Was ja immer noch sehr, sehr hoch ist. Komm, 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 komm. Schade, Schokolade. Oder jetzt ein schönes Bild reinjagen. Schöne drei Dinger in der Mitte hier. Drei Wilds und Abfahrt. Hatten wir ja schon mal auf, ich glaube, auch 60 Euro oder so. War auch schon ordentlich viel. Der sieht noch nicht so nach Laune aus, muss ich ehrlich gestehen, leider. Ach, komm schon. Der macht gar keine Anzeichen. 3.000 Euro weg. Einfach so. Jetzt komm. Let's go, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Komm, geh rein. Mach nicht die ersten Beine jetzt, geh rein, komm. Jetzt komm. Jetzt mach's doch einfach, komm. Umreiz, komm. Er macht die ersten Beine. Ich krieg ein Kind. Ja, klar. Ja, jetzt ist es halt wieder persönlich, ne? Jetzt hab ich halt fast 5K da drin schon verballert. 4 Minuten. Perfekt. Gut, andersrum, wenn er jetzt reingehen würde, kann er das schon zahlen. Jetzt komm. Komm. Komm, 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 komm. Fries, Fries. Der macht auch keine Gewinne zwischendurch, ne? Noch einmal, zwei Scatter, wenn er da nicht geht, sind wir raus aus dem Business hier. Ja, komm, 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 die letzten drei. Okay, er hat das schon versucht, ich kann es auch nicht hinnehmen. Okay, dann aber es nicht hinnehmen. Ich kann es nicht hinnehmen, sind wir noch nicht hinnehmen, ob, was wir denn da nicht hinnehmen. Ich kann es nicht hinnehmen, wenn ich das mal schon ver만�achtig nicht mehr Leute, wenn ich das nicht hinbekommen habe. Also, es steht vorher keine Luftwerke, an der Leitfzlöte ist. Ja, ich kann es nicht hinzugehen. Okay, ich kann es nicht hinnehmen. Okay, wir kommen jetzt hinzu, dass ich es nicht hinzugehen. Okay, ich bin jetzt los- Ich kann es nicht hinzugehen. Okay, ich kann es nicht hinzugehen. Komm jetzt. Einmal Freispiele. Shit, ey. Raus. Raus. Mann. Solarqueen, Bonus bei, Playzone, wir gehen rein. Sitzungszeit, überschreitend bitte öffnen Sie das Spiel erneut. Ne, hier unten lädt es doch, komm. Hau rein. Komm jetzt. Let's go, Freunde. Solarqueen Mega Waste, eigentlich eins der nicesten Games, wie ich finde. Wünscht mir Glück. 4.000 Euro, komm jetzt. Komm. Let's go. Okay, scheiße. Wir brauchen Wiles, Wiles, Wiles. Ja. Ja, ja, komm, komm. Jetzt 2 zu 2, komm. Wiles zu 2 und hinten einfach. Hinten? Mach hinten eins, komm. Jetzt. Nochmal so drei Stück, komm, komm. Wir brauchen jetzt welche, jetzt. Macht der nicht, oder was? Komm. Mann. Gönn doch Wiles einfach. Ach. Ja, jetzt auf den letzten Leiche, ich sag's ja. Ja, okay. Dann, dann Wiles zu 2, komm. Ja, ja, ja. Ja, der ist gut. Ja, okay. Da wäre ein bisschen besser. Ist schon wieder fast unmöglich, sich hoch zu pushen. 2.000 Euro Winkel rein. Es kommt. Mach die Wiles, 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 Wiles. Scheiße, ey. Zu spät alles. Okay, 722, immerhin. Ja, 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 als 2 ist es ja, ne? 1, 3. Also auch minus 700 Euro. Mann. 4.000 Euro, komm. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Wiles, 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 Wiles. Scheiße. Der hat nur drauf gewartet hier, oder was? Komm, mach die Wiles. Mhm. Scheiße. Jetzt mach die Wiles da rein. Komm, komm, jetzt. Hau doch mal jetzt ganz viele auf einmal rein. Ach. Okay, nice. Okay, nochmal 40. 2.600. Ach, mein Gott, ey. Ich bin doch zu dumm. Dann hoffen wir, dass uns heute noch mal zum hundertsten Mal Club Royale Blackjack VIP rettet. Was soll das? Dann spielen wir jetzt so rein. Ach, Mann, ey. Jetzt gibt's eine Runde, alles oder nix. Boah, was macht ihr hier? Spielen. Spielen. Jungs, spielen. Jetzt kommen. Hau rein. Bist euer Ernst? So lange will ich nicht warten. Dann gehe ich zu ihr. Was ist los? Was ist hier los? Boah, nervt das. Mann, ich will doch einfach nur zocken. Mann, das gibt's doch nicht. Ja, mach doch mal was hier. Mach doch mal was hier. Let's go! Einfach auf schwarz hoffen. Einfach schwarz. Jetzt, come on! Ja! Kann ich jetzt bitte einfach Blackjack spielen? Boah nervt mich das Alter, ganz ehrlich Wir gehen mal wieder in Crazy Time, Scheißhaut Aber vielleicht habe ich da mehr Glück Lang ist sehr Hier hat jemand 83.000 gerade gewonnen, ernsthaft Ja, das war jetzt ein bisschen dumm, 1000 Euro auf 10 Außer die kommen natürlich, ne? Mach einfach die 10, Alter, das wäre so wild Mach die 10, ja, komm Ja Alter Digga Mehr Glück als Verstand wirklich, das war schon wieder ein geisteskrank Junge 11.000 Euro Ich komme rein, mach eins, viel zu viel auch, ich wollte gar nicht so viel tippen, drauf ballern eigentlich Und dann kommt das How lucky kann man sein, wirklich? 11.000 Euro wieder auf 21.000 Euro Ah, ich muss mir echt mal was über... Scheiße, ich hätte die doch wieder gespielt, warum habe ich die nicht gespielt? Hätte ich locker... Okay, ich hätte nicht 11.000 Euro wieder gewonnen, aber... Na, komm, noch einmal spiele ich Konnte ich mir jetzt grad nicht angucken Ich muss mich aber irgendwie davon beruhigen, schade ey, da werden nochmal die Zinge kommen Krass Alter Verwalter, aber ich muss mir echt was überlegen, dass ich mal ein bisschen runter komme wieder in der nächsten Zeit Junge, es kommt dreimal hintereinander die 10 4.400 Euro wieder, nice Boah, hätte ich die zweimal noch... Boah, das wären 30.000 Euro oder so Alter, wie krank ist das denn? Ja, crazy time Lang nicht mehr drin gewesen Wir sind hoch auf 24.000, ob man es glaubt oder nicht Da war auch nur Glück dabei, muss ich sagen 5 Ah, okay Aber ist jetzt auch nicht schlimm Ich hatte echt viel Glück Ja, ich überleg mir was für morgen Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung Aber wie es nicht, Glücksspiel kann sich denn, man spielt bitte nur mit dem Geld War es sie überhaupt Haut rein, bis morgen, euer Gemüter Ciao